Musik Jo Leute, jetzt willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Reboot Und ja, auf eurem Mund sind jetzt auch noch andere Leute dabei Eki und Leis sind dabei Das ganze P.E.W. Team ist dabei, Leis ist ja eigentlich zwangweise nur dabei Hier Leis denkt sich nur so, warum bin ich eigentlich hier, wenn jemand, wenn jemand am sterben ist im Projekt, dann ist das leis Ja, natürlich Ja, sorry, aber das soll jetzt nicht böse klingen, das ist einfach so Und Eki Und Eki, der die letzte Folge aufgenommen hat Ja Eine Kooperation mit My Studios Ja, aber der ist ja immer dabei, das ist ja nichts Neues Immer dabei, das ist nicht prima Für immer der Swag genug Der Swag start Was ist so passiert jetzt? Der Solari Lennart ist wieder da Leider Ja, leider Ja, leider Tschüss Ich habe einen Zombie Ich sehe den Zombie Ne, ich bin noch ganz gut im Herzen mittlerweile, meine Rüstung hat auch Heilung oder irgendwie sowas, deswegen heilig Achso, wir bräuchten mal Essen, ne Oh, da ist wirklich ein Zombie Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt Ja gut, ne Lass es wiegen Lass es wiegen Lass es wiegen Lass es wiegen Gönn dir Eki Ja, habe ich gerade einen Zombie gekillt, den da Hälfte uns ein bisschen die Höhle zu Äh, wir farm jetzt mal ein bisschen viel Ja, ja, ich komm, bin unterwegs Machen wir noch ein paar Touches Oh, da ist Lava Ja, ja Ich springe nicht rein Äh, und einmal hätte ich noch ganz gerne Ja Ja, mach ich auch Hatte ich vor Soll ich noch irgendjemanden einmal mitbringen? Ne Oh, wir haben Lava, jetzt haben wir hier zu zaubern Ich gebe jetzt noch einen haben, ja? Ja, einen Wassereimer, bitte Einen Wassereimer, willst du zum Mitnehmen oder zum Hieressen? Für Meckes Zum Wegrennen Zum Wegrennen, okay Irgendwie irgendwie am Wasser Ja Okay, mach dir mal zu, bevor es heute kommt Lass, äh, über dir tobt übrigens die Nacht Ja, das ist ja schwierig Sollte es eventuell nicht rausgehen Okay Also ich werde dich da jetzt alleine lassen Ich werde jetzt runter zu den anderen beiden gehen Ich habe Eki, ich habe übrigens nur einen Eimer dabei Warum? Äh, Luft Luftgetrockneter Eimer Oh cool Achso, ich habe gerade sieben Diamanten abgebaut, für jeden Fall Da ist irgendjemand interessiert Easy Endlich mal Ja Hauptsache Lass und Eki sind dabei und wir kriegen sofort Deos Natürlich Die ganze Zeit nicht an der Mais-Studios-Power Nee Ich bin sowieso Farm-God God Und ich habe mich verlaufen Wisst ihr, wie man so eine Extended Workbench herstellt? Ja Du stellst zwei Workbench nebeneinander Ja Okay, das ist einfach Oh Skeletton Skeletton Fick Ripp Eki Nee, zubauen Tschüss Hehehe 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 Wo ist das Skelettin? Hier hinten bei mir Auf der Seite Hier da Oh Mann Achso, Unreal Jo Eki Eki Oh, ich habe F1 gedrückt, Alter Ich habe nichts mehr gesehen Ripp Ekii Wie ist das? Wie ist das? Yo, Alter Das Skelett ist da durchgekommen Und ich habe es nicht Ich habe es nicht mehr And all where is Now where Ah Alter In die Höhle so riesig ne liegt hinten noch weiter Das wäre was zu essen überhaupt? Ich habe auch nichts zu essen, aber Ich habe ein Brot und ne ähm Pilzoper habe ich noch für dich Hast du wenigstens etwas? Liegt hinter dir Liegt hinter dir Der, komm mal bitte her Hier ist Bist du denn? Ich sehe dich nicht Mit dem Höhlen Da hinten System Kann ich mir eigentlich aus Nur aus dem braunen Dings Äh, ne, du musst rot und äh braun kombinieren Warum habe ich nichts? Hab ich nichts rot? Ja, kann ich nichts für Ist aber so Alter Philipp Was? Oh, ich dachte schon Erstmal wenn du das mit dem Move machst Hab ich Angst Meine Sprinten-Taste Deswegen bin ich da reingesnickt Meine Tastatur ist kaputt Meine Dingens-Taste funktioniert nicht mehr Ja, gut Ich hab gemerkt, dass ich kurz vor der Lava stand Ich hab so drauf gedrückt und auf einmal hat es aufgehört zu sneaken Aber neue Tastatur kommt auch auf die Liste Alles klar Hier ist ne fette Schlucht über Ich folge dir gerade durch die fette Schlucht Ja, die haben wir schon gefunden Achso, hat er? Glaub ich Also, wenn wir jetzt nicht sterben sollten, dann wird das ein Easy Run Oder nicht? Da kommt nur... Da kommt nur ganz drauf auf euch drauf an Naja, auch Ihr habt ja mein Skill eben geh- Ja, 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 ja Ihr habt ja mein Skill eben gesehen, ne? Wie sieht das bei euch aus? Also, wir fahren mit erstmals Komplgangenen leer, ne? Ich würd sagen, dass jeder eine komplette Eisenruss hier hat, ne? Das hab ich nie gefunden dann geht er los die spitzhacke würde ich das also ich würde aus den diamanten spitzhacke machen und dass wir daraus erst mal ein vertraubustisch machen oder nicht man lassen die erstmal gar nichts halten erst mal sparen die auto gotto 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 gott hast du mich erschrocken du scheiß erhielten beim lavasee geht es noch weiter vielleicht finden wir noch mal einen diamanten ja alter was ist das denn für ein neues geräusch was ist das ich habe eben ganz zufällig diamanten abgebaut ich sehe die im text her gar nicht ist das problem ja ich aber auch nicht ich muss da irgendwie mal die textur ins default machen oder einfach irgendwie einfach mal eine andere textur dafür einfügen am besten phillips gesicht der ist mir so viel wert ich weiß gar nicht was dir sind die kennt keine diamanten die hat noch nie diamanten in minecraft gefunden warum hatte ich denn immer die rüstung fuhl hex cheated ja stimmt meistens ja wir hätten geht es noch weiter hier war ich gerade eben genau ich habe es noch nicht abgefahren das ist einfach im kreis gelaufen was ist das für ein schuss bitte auf hardcore auf hardcore ok also leist nicht in den länder gehen nein nein ich tobe mich nur draußen ein bisschen leist creeper kann ich schüttel dich singlehead ne auch wenn du 3.000 meter daneben stehst also 3 kilometer wenn ihr denkt dran ihr nehmt alles mit ne also eisen und kohle wir nehmen alles mit diesmal das heißt diesmal und letztes mal auch letztes mal was nicht gemacht vor allem aber gelaufen auch ich sterbe auch ich kann es halt ich kann es halt ernsthaft nicht mehr ernst nehmen weil ich finde jetzt schon wenn du wenn du sterben solltest du es anders reagieren okay ja genauso ich sollte aufhören die sneaker-taste benutzen hier ist ein mini zombie doch leist nicht sterben leist nicht sterben nicht sterben das erinnert mich an die szene von familie geräger das arschkratzer hat wer ein arschkratzer hierher arschkratzer 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 ja aber ich muss endlich ja arschkratzer arschkratzer hihihi 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 oh leute das ist so eine geile serie verdammte scheiße so jetzt öffn noch mal hier mal den netten furnace ojo seht ihr euch ein bisschen überlänger machen da bin ich ganz vorsichtig dafür dass wir leistens das erste mal bei haben und ich heute echt bock habe wir sind bei neun minuten vielleicht können wir heute mal ein bisschen länger machen zwang vielleicht ein zwanny oder irgendwie so das können wir machen ist ja kein ding oder dreißen ich mein lennart muss hochladen da ist mir ja scheißegal arschkratzer hihihi 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 ja das hat sich wieder waffen gebaut und freut sich in den Arsch ab was habe ich da hat sich safe wieder waffen gebaut da sind keine waffen drinnen klar sind hier waffen leistet ihr an den Dungeon gleich mal in nächste Folge machen na klart Leandhard guck mal was ist das denn alter A wie viel schaden macht das 9. What the fuck? Das wird sich safe gemacht. Begleicht wieder da. Wie lange braucht man das? Du brauchst nur noch ein Eisen mehr. Oder zwei. Okay. Ich hab ja... Ich hab ja den Zombie halt neben mir. Soll ich dir das mal eben machen? Das gleiche kannst du auch mit Eisen und Holz machen. Äh, mit Diamanten und Holz. Ja, aber Diamanten haben wir ja jetzt nicht so im Überfluss, ne? Und Stein brauchst du dafür. Ach so, ja. Stein hab ich dabei, ja. Brauch Stein. Brauch Stein. Ja, ja, hab ich dabei. Nein. Brauch Stein. Brauch Stein. Ja. Mann. Aber diese extra Wünsche. Ja, Brauchst du denn das Eisen jetzt so? Ich nicht, ne? Also du hast noch welches über. Sword. Etwas mehr über. Wie heißt das? Doppelw. Extended, also einfach Iron Sword. Leute, was ist falsch bei euch? Du hast die Hälfte an Erzen liegen. Ja, lass die Hälfte an Erzen liegen. Ja, lass die Hälfte an Erzen liegen. Ja, lass die Hälfte doch gerade woanders. Ja, aber viele... Es gibt auch Extended Bomben. Hä, ich bin noch nicht durch. Ich bin noch grad hier bei mir. Extended Bomben. Extended Bomben. Extended Bomben. Voll geil. Ja, interessant, dass er das bei mir gerade nicht sucht. Ich hab bei Iron Sword eingegeben, wenn er sucht möchte. Hm? Möchtest du das mal eben machen? Warte mal. Warte mal. Der macht da gerade irgendwas. Der macht gerade irgendwas. Wenn er irgendwas macht, ist doch gut. Ja, aber so lange hat er das lange dann... Ach, hier hat er schon. Ach, hier. Extended Iron Sword. Ach so, das sieht ja auch relativ interessant aus. Ich gebe zu der Info, ich hab erstmal nur ausgeleuchtet. Ich hab noch nicht angefangen überhaupt irgendwo abzubauen. So. Dann hab ich das für dich schon ein bisschen erledigt. Oh, leis, Alter. Das ist eine voll die geile Idee. Sauergeil. Wir brauchen nur noch was zu essen und dann geht's los. Hier hinten ist jetzt nicht mehr. Ja, ich komm gerade. Ähm. Hier sind Kürbisse. Wo kriegen wir denn Essen her? Aus Dungeons oder Bäume? Äh, von Thielen kriegen wir da auch was. Mini-Zombie. Wo? Nein. Hier ist ein Chicken. Hier ist ein Chicken. Ein Evil Chicken. Äh, das würde ich, äh, Samen. Was ist das denn? Das würde ich B-samen. Ah, ha, ha, ha. Nein. Einfach nein. I will always love me. Also, Lais, grüßt du. Ach, hier warte schon drüber. Ich bin hier raus. Nein, nein, nur die oberste Etage war ich. Das war das Ding, also so ist es. Lais, warte bitte auf mich. Ich bin hier auf den Bäumen. Easy kill, man. Haupt, der Feind ist ja auch drin, ne? Ja. Muss ich mal kurz den Zoom einstellen. Ähm. Steuerung. Aber wir müssen erstmal ein bisschen, bisschen, bisschen was zu Slang holen, bevor wir da rein gehen. Yes. Hier ist der Riesenpenis. Dabei ist man, ah ne, ich kann noch nicht mehr laufen, okay. Und, ja, kommst du Huh. Es leckt aber unnormal bei einem hier grad das, ne? Ja, echt? Da ist irgendwie nicht so ein G-130 FPS. Ja, gut. Ich nehm, ich weiß aber nicht, ich nehm auch gerade auf, äh, deswegen, das kam ein bisschen sehr seltsam. Ich weiß auch nicht, warum der so an meiner, äh, passiert. Oh, ich hab ihn, oh, also ein Schwert, easy. Vielleicht weil der PC im Moment halt langsam den Geist aufkippt. Leute? Nö, das nicht. Ich glaub, dein Prozessor kühlerartig, oder dreht der? Weil jetzt kann man vielleicht sein, dass dein CPU überhitzt. Da müssen wir vielleicht, wenn wir deinen neuen PC bauen, dann noch einen Spannungs-, äh, einen anderen Widerstand einbauen, dass das Ding ein bisschen mehr Power kriegt. Nö, das ist ruhig. Die ist jetzt ruhig. Ja. Wir essen, klar. Leute! Was ist denn, Eki? Ich wollte essen. Ja, wir brauchen alle essen. Das ist das Problem. Ich bin auf der Suche. Die sind Pilze. Ja, aber die bringen uns ja nichts einzeln. Wir brauchen ja beide Pilzsorten. Ich hab nämlich selber nur noch drei Hungerkolle. Und Schafe. Jede Menge Schafe. Ja, Schafe geben hier leider noch kein Essen. Hier ist ein Chicken. Das machen wir einen perfekten Durchlauf und woran sterben wir? Ein Essen hab ich, hab's dir gesagt. Ah, hier sind ganz viele Schweine. Bei mir. Sehr geil. Aber Eki ist doch hier. Ja. Witzig bis heute. Grüße gehen raus. Mein Magenknot. Mach mal hin, Philipp. Wie viel Platz im Meer hab ich? Ich muss es nur noch nach Hause schaffen. Schaffst du es? Du bist ein großes Skittier. Wird eng, ne? Boom. Ich weiß nicht, wie viel Hungerbalken hast du noch? Zwei. Ja, Gott. Ja. Bei dem Regen weiß man gar nicht, wie spät ist es. Du hast doch um deine Ecke steht doch die Uhrzeit. Der ist bei dir. Wo? Wo ist meine Ecke? Da lieg ich jetzt unterwegs. Ah, tatsächlich. 10.55 Uhr. Sehr geil. Ja, das ist der Motto den Lennart nicht rausgenommen haben, wenn wir den Kacke finden. So, ich hab 24 Larkes, 28 Redstone, 7 Diamanten. Ja. Also, ich hab noch einen Schicken, also wenn es irgendwer braucht. Dass du weg bist, sonst bewege ich mich einfach gar nicht mehr. Bleib da, bleib da, ich bin unterwegs. Bleib da einfach. Ja, ich bin oben. Wer da, what the fuck, ich baue die Treppen, ich baue die Scheiße extra zu. Ja, wo willst du? Ich hab die oben ran, da. Da ist Ecke. Hier sind nur Äpfel, man. Ich snack jetzt erstmal zwei Äpfel. Aber die sind für Gold Äpfel. Egal. Ja, komm, das ist jetzt erstmal überall wert. Lieber, äh, ist jetzt immer... Guck mal! Hast du das gesehen, der Natt? Was denn? Wenn du die Bäume so extrem nah nebeneinander pflanzt, dann baut er den, baut er beide Bäume. Aber ich hab jetzt hier gerade alles, was hier ausgekraut ist, hab ich gerade abgebaut mit einem Schlag. Na Ecke? Ja. Ja! Uri, 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 uri. Ich brauch auch essen. Im obersten brät ein bisschen essen. Siehst du was wir da gerade Material durchjagen? Heftig, ne? Ich hab grad ein paar Eier, dann machen wir uns n'checkgefahren gleich. Habe ich schon... Oh, ich hab mein Schwert gedroppt. du hast eins er hat eins was hab ich eins ein Ei 2 ne mittlerweile 4 in der Kiste ist eins ach schon zeig mal das Schwert bitte ne scherz lol ist es besser? ja es macht 9 Attack Damage ehhh ist es einfach? ja gib einfach mal Iron Squad ein da brät viel 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 du musst sie gar nicht empowern da sind Kohleblöcke drin die halten richtig lange hä? da oben links? hatte nichts mehr das ist scheißegal da ist ein Kohleblock drin das sind wie neue Kohle das braucht nicht Dauer verpowered werden die halten übelst lange naja gut so Leute ich würde sagen ähm Philipp die nächste Folge ist deine Folge ach kacke du weißt dass ich noch nicht aufnehmen kann Leute Reboot kommt erstmal bei uns aufm Kanal regelmäßig jeden Tag bis Philipp wieder aufnehmen kann und Kappa die schickst dir dein Ding tut mir halt wirklich leid aber ich kann halt einfach echt nichts dafür ja ich werde mich mit Philipp besprechen auf jeden Fall Leute Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag einen wunderschönen Abend wie auch immer wieder schaue und reingehauen näe tippt 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 tippt